Ladies and Gentlemen, willkommen zum versprochenen In-Game-Settings-Guide-Tipps-und-Tricks-Video. Es gibt eine Menge, was ich seit, ich glaube, vor über vier Jahren habe ich schon mal so ein Video gemacht. Das hat sich in der Zeit eine Menge geändert. Auch gerade in Season 19 gibt es ein paar andere Settings. Ich möchte speziell über Audio-Settings, Video-Settings und Gameplay-Settings reden. Controller-Settings habe ich vor kurzem im ersten Video gemacht, kam sehr, sehr gut an. Er ist sehr umfangreich mit Reaktionskurven, erweiterte Blickfeldsteuerung und so weiter und so fort. Deswegen ist das getrennt von diesem Video und hier kann man jetzt eine Menge einstellen, was in-game-technisch euch auf jeden Fall eine Menge bietet, was euch weiterhilft. Was vielleicht den ein oder anderen Gunfight zusätzlich gewinnen lässt. Bessere Optik, bessere Sicht und so weiter und so fort. Doch bevor es losgeht, ganz kurz, wir sind in der AIM-Controllers Black Friday Week. Dort gibt es solche wunderschönen Controller mit Pedals, mit Smart Trigger oder wir betätigen diese Taste, kannst wieder voll durchdrücken und so weiter für Bürstwaffen, Einzelschusswaffen, G7, Hemlock und so weiter. Sehr, sehr von Vorteil Jetpack-Steuerung für Valkyrie. Okay, und was wir nicht alles mit so einem Controller machen können. 70 Euro Rabatt Black Weeks. Jetzt, wenn ihr zum Ende von November dieses Video seht, gibt es 70 Euro Rabatt mit Code Casper10. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Viele haben das schon zugegriffen. Danke für den Support dafür. Und wir legen jetzt direkt mal los. Habe ich echt Packet los in der Trainings-Arena? Das ist ja geil. So, wir fangen an. Ich gehe ein bisschen durcheinander. Das Gameplay machen wir ganz zum Schluss. Controller lassen wir komplett raus. Wir fangen mit den Video-Settings an. Da sind nämlich Settings dabei, die viele von euch gar nicht auf dem Schirm haben, die standardmäßig aber aktiv sind, die ich an eurer Stelle definitiv ausschalten wollen würde. Und zwar fangen wir mal mit dem hier an. SF-Fähigkeits-Skalierung. Ich aktiviere jetzt mal, und ich bin bewusst hier im Trainingsgelände. Ich habe ein bisschen Stickdrift. Ihr guckt mal so ein bisschen an links und rechts an den Rand diese LED-Leisten. Und jetzt aktiviere ich die Fähigkeit von Octane. Das ist nämlich einer der wichtigsten Octane-Settings, die ihr deaktivieren solltet. Und ihr seht, das Sichtfeld bei Aktivierung springt extrem nach hinten. Und ihr habt erstmal wahrscheinlich ein 120er Sichtfeld. Das können wir auch einfach mal testen, indem ich das auf 100... Ach nee, 110 ist das Maximale. Das ist sogar weiter weg. Dann könnte 120 ja passen. Deaktiviert das. Ups. Jetzt habe ich es übernommen. Das dürft ihr auch nicht vergessen. Wenn ihr das einschaltet, müsst ihr das mit Dreieck auf der Playstation noch aktivieren. Jetzt aktiviere ich die Fähigkeit wieder, und es passiert nichts. Das heißt, wenn ihr im Fight das vielleicht mal irgendwie aktiviert, habt ihr keine Sichtfeldverzerrung. Das wäre das erste Sichtfeld. 70 ist das geringste. Ihr seht, wie nah das ranzoomt. Dadurch seht ihr den Gegner größer und besser. Aber ihr seht nicht, was links und rechts neben euch passiert. Jetzt mache ich mal maximal 110. Und ihr seht, das zoomt extrem weit raus. Kleiner Tipp. Experimentiert mal. Macht es mal auf 70. Macht es mal auf 110. Und spielt euch mal ein bisschen mit eurer Lieblingswaffe auf dem Trainingsgelände aus. Denn ich habe das Gefühl, auch wenn ich das nirgendwo gelesen habe, dass der Aim Assist bei einer höheren Sichtfeldeinstellung besser greift. Weil du siehst ja den Gegner schlechter auf Distanz. Auch im Close-Range-Fight siehst du ihn ein bisschen schlechter. Und dadurch greift, glaube ich, zumindest gefühlt, dass der Aim Assist stärker greift und du leichter auf dem Gegner bleibst. Als wenn du hier so einen Aschenbecher-Brillenglas-Optik-Gedöns drin hast, wo du ganz nah dran bist. Also ich habe es so auf 100. 100. Ja, auf 100 kann man es machen. Ist meine Meinung. Und was wir auch noch machen können. Das ist normalerweise Sprinte. Sichtfeld zittern ist auf normal. Das macht jetzt nicht viel aus. Auch hier kann ich es perfekt darstellen. Das macht so eine Sprintbewegung abend das nach. Wenn ihr sprintet, seht ihr links und rechts wackelt das ein bisschen. Das ist jetzt nicht dolle. Das seht ihr wahrscheinlich kaum. Es wackelt ein bisschen hin und her. Und wenn ich das jetzt ausschalte oder auf minimal mache. Dreieck bestätigen natürlich. Wenn ich jetzt Sprinte, wackelt es nach links und rechts minimal weniger. Macht jetzt nicht extrem viel aus. Aber kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Tut nicht weh. Audioeinstellungen bin ich der Meinung. Macht alles so leise wie möglich. Und gerade die Dialogeinstellungen. Macht die so, dass es ihr gerade noch so hört. Aber manche Legenden quatschen einfach zu viel. Ihr spielt mit Randoms. Die pingen zu viel. Quatschen zu viel. Und je lauter das ist, desto schwieriger könntest du vielleicht Steps hören. Die hörst du so schon sehr schlecht. Und wenn um dich rum vielleicht ein Gegner rumläuft, den du gerade nicht hörst. Weil irgendein Teammate irgendwas labert. Irgendein Dialog. Deswegen würde ich das so gering wie möglich machen. Auch Musik-Lautstärke, den ganzen Schnickschnacken-Lobby-Lautstärke braucht man alles nicht. Sound-Effekt-Lautstärke kann ruhig höher sein. Du willst ja auch irgendwas hören, was natürlich in der Umgebung passiert. Umgebungs-Lautstärke, Gesamt-Lautstärke habe ich auf 60%. Das ist einfach nicht zu sehr im Ohr knallt. Ganz wichtig. Kommen wir zu den Gameplay-Settings. Und da gibt es auch eine Menge, was man deaktivieren kann, meiner Meinung nach. Und das wäre hier schon das Erste. Ihr seht jetzt hier dieses Pop-Up-Fenster. Das ist so ultra riesig. Stellt euch mal vor, dahinter ist gerade ein Gegner. Ihr wollt gerade eine Kiste looten. Dahinter ist vielleicht ein Gegner. Den seht ihr gar nicht. Dann ist gleich das Erste, was ich einstellen würde hier. Das ist nämlich auf Standard. Macht das auf Kompakt. Ich gehe raus. Und schon sieht das nur noch so aus. Das ist ein bisschen transparent. Und es ist deutlich kleiner. So seht ihr schon mal viel, viel mehr von eurer Umgebung. Dann Tastenhinweis. Aus. Ist Blödsinn. Wenn ihr lange genug in Apex drin seid, wisst ihr, was ihr zu drücken habt. Fadenkreuz Schadensfeedback. Das ist meiner Meinung nach so eine persönliche Präferenz, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich würde es komplett ausmachen. Wenn ich jetzt hier auf den Gegner schieße, seht ihr hier direkt im Iron Fight, dieses rote Fadenkreuz aufblinken. Und wenn der Gegner tot ist, wird das rot. Achtung. Jetzt ist es rot und ihr habt gemerkt, der Gegner ist down. Kann man machen. Aber alles, was gerade im Gunfight irgendwie visuell vor eurer Waffe aufploppt, könnte vielleicht so ein bisschen verzerren. Ihr seht weniger. Das ist jetzt ein minimales Ding, was das ausmacht. Aber ihr könnt das auch auf Ausstellen. Weil ihr hört den Unterschied, ob ihr den Gegner trefft oder nicht. Wenn ich jetzt mal hier... Die Treffer sind basslastig. Das hört man nicht so ein Kreuz, was euch zeigt, dass ihr den Treffer gemacht habt. Das ist ein geiles Feeling, wenn wir dieses Fadenkreuz sehen. Aber man braucht es einfach überhaupt nicht. Aber es ist eine persönliche Präferenz. Es macht nicht extrem viel aus. Ich würde es dennoch ausschalten. Schadenswerte macht man natürlich auf kumulativ. Mein Gott. Nicht auf fließend. Du willst ja nicht erst einmal ausrechnen, wie viel Schaden du gerade auf den Gegner gemacht hast, um deinem Teammate den Callout zu geben. Achtung. Der hat vielleicht nur noch 50 Leben. Deswegen macht es auf kumulativ. Da wird es zusammengerechnet. Ich finde alles so schön, was man ausstellen kann. Man kann es natürlich auch komplett ausschalten. Ist auch okay. Testet einfach mal aus, ob das für euch besser ist. Aber die Callouts funktionieren halt nicht. Ich würde es auf kumulativ machen. Moment. Irgendwo war noch... Achso. Das war hier. Man kann hier bei Fadenkreuz Schadensfeedback... Kann man auch noch eins einstellen. Das Körperschild rechts neben der Zahl. Was der Gegner für ein Schild hat. Rot. Kann man sich aber sparen. Das wollte ich auch noch dazu sagen. Wenn du nur X hast. Denn schaut auf die Zahlen. Auf die Farben der Zahlen. Da seht ihr auch, was der für ein Buddy hat. War gerade ein blödes Beispiel, weil der ja low geschossen hat. Ihr seht, diese Zahl hier zu rot leuchten. Jetzt war sie etwas rot-gelb, weil ich einen kritischen Treffer gemacht habe. Und wenn die nur noch so im Innenbereich der Zahl weiß leuchtet, heißt das, er hat kein Körperschild mehr. Ja, könnte man jetzt auch machen. Aber alleine für die Optik ist wahrscheinlich das das Sinnvollste für alle. Du siehst es schneller, was er für ein Körperschild hat. Aber wenn man das einmal drin hat, kann man das auch komplett auf Ausstellen. Das hatte ich völlig vergessen zu erzählen. Ping transparent. Das geht mir zum Beispiel so. Wenn ich was pinge oder die Gegner etwas pingen, dann siehst du das oft nicht so richtig. Dann verblasst das gerade, wenn du aus dem Jumpship fliegst. Und deine Mates, die pingen vielleicht die Location. Dann siehst du das nicht richtig. Ihr seht, das ist so ein bisschen transparent. Und wenn ich das jetzt auf Standard stelle. Moment, jetzt muss ich nochmal neu pingen. Dann ist das klarer und nicht transparent. Und so könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen. Moment, jetzt haben wir es so ein bisschen im Nacken. Machen wir es nochmal auf verblasst. Moment, so. Es macht auch nicht viel aus. Aber für die Optik, ich würde es auf Standard machen. Nachrufe, uninteressant. Mini-Karten-Drehung. Rate ich jedem. Das ist meine persönliche Meinung. Die Drehung würde ich ausmachen. Weil, wenn du zum Beispiel im Jumpship bist oder auf der Karte. Jetzt hier, ich kann es jetzt nicht vormachen, weil ich in keiner Runde bin. Wenn du die große Karte aufmachst. Hast du ja alles von Süd nach Nord geordnet. Wenn sich jetzt aber beim Drehen, wenn du irgendwo rumläufst, die Karte mitdreht. Dann könnte es vielleicht schwieriger sein für euch, sich zu orientieren. Gerade wenn ihr auf der Karte guckt, auf der großen Karte, wo sind die Gegner. Bist vielleicht mit Ash unterwegs. Siehst die Deathboxen. Dann willst du vielleicht nach Südosten laufen oder nach Nordwesten. Und dann drehst du dich erst einmal so ein bisschen und siehst auf der Mini-Karte gar nicht so richtig, in welche Richtung läufst du denn jetzt. Das ist natürlich auch so eine Präferenz. Das muss jeder für sich wissen. Aber ich stelle es lieber aus. Autodurchschalten der Waffe bei leer. Habe ich auf an. Das heißt, ihr habt wirklich null Munition. Ihr könnt nicht mehr nachladen. Dann wechselst du automatisch auf die andere Waffe. Das kann natürlich auch ein bisschen irritierend sein, wenn ihr das nicht gewohnt seid. Weil du vielleicht automatisch die Waffe wechselst und denkst dir. Verdammt, warum habe ich jetzt eine andere Waffe in der Hand? Dann wechselst du vielleicht rein aus Gewohnheitsgründen. Wechselst du zurück auf die leere Waffe. Das muss man im Blut haben. Das muss man so ein bisschen austesten, was da für einen besser ist. Ich würde es auf jeden Fall anlassen. Das ist meine Meinung. Autosprint würde ich auch immer anlassen. Du sprintest automatisch. Vor allen Dingen gerade für Leute, die Stickdrift Probleme haben. Du entlastest deinen Stick. Du musst nicht jedes Mal reindrücken, wenn du laufen willst. Und du läufst sofort. Und viele denken, wenn du Autosprint drin hast, kannst du nicht langsam laufen. Doch, kannst du einfach den Stick weniger nach vorne drücken. Und dann läufst du ganz normal. Das ist kein Problem. So musst du jedes Mal den Stick erstmal reindrücken. Und damit verschleißt natürlich dein Stick weniger, wenn du Autosprint drin hast. Meine Meinung. Doppel-Tipp-Sprint ist demnach zufolge völlig uninteressant. Und weil Autosprint drin sein sollte, brauchst du nicht weiter. Dann gibt es die Jetpack-Steuerung. Dazu wechsle ich mal kurz auf Valkyrie. Ich drücke jetzt nichts weiter und sie steigt weiter nach oben. Alleine für die Kontrolle des Jetpacks würde ich es aufhalten lassen. So lässt du so lange gedrückt, bis du keinen Bock mehr hast zu fliegen, lässt du los. So musst du sonst jedes Mal zusätzlich nochmal die Sprung-Taste drücken, damit sie aufhört zu fliegen. Und dann verlierst du vielleicht ein bisschen zu viel Jetpack-Energie. Und das kann wieder ein Quäntchen Glück ausmachen, was vielleicht über Leben und Tod entscheiden könnte. So, Schadens-Feedback 2D, 3D oder beides ebenfalls muss man selber für sich entscheiden. Wenn du angehittet wirst und du weißt nicht, wo es herkommt, bekommst du die 2D oder 3D-Pfeile. Ich habe die 2D-Pfeile drin, weil ich bei der 3D-Animation immer nicht so richtig klar sehe, wo zeigt der Pfeil jetzt eigentlich genau hin. Oder man macht einfach beides an. Ich habe es auf 2D, ist für meine Orientierung. Besser, erlittener Schaden schließt Todeskiste, sollte unbedingt aus sein. Denn wer in einem Gunfight vielleicht einen Schild-Swap machen will, du willst jetzt hier auf ein Schild wechseln, bist gerade dabei zu drücken, auf einmal wirst du angehittet. Wenn du das auf anhast, wird die Todeskiste geschlossen, du kannst den Schild-Swap vielleicht nicht schnell genug machen und schon fliegst du wieder aus der Deathbox. Deswegen, das ist einer der wichtigsten Einstellungen überhaupt. Mich nervt das, dass das jedes Mal, wenn du aus dem Menü rausgehst, wieder von vorne anfängt. Deswegen muss ich jetzt erstmal gucken, wo war ich. Schadensfeedback war mal, das hat man. Also unbedingt auf Auslassen. Offscreen Portrait. Das ist eine Neuerung in Season 19. Ich zeige euch kurz Gameplay, damit ich das verdeutlichen kann. Das sind die Portraits. Wenn du gerade deine Teammates nicht auf deinem Bildschirm hast, sondern irgendwo hinter dir sind, dann hast du die Portraits. Siehst du einfacher zur Orientierung. Finde ich eine positive Neuerung. Neuerung. Anpassung Pop-Up. Ganz auslassen, ist völlig uninteressant, brauche ich nicht erklären. Streamer-Modus, ebenfalls uninteressant. Anonymer-Modus, braucht kein Mensch. Weitergabe von Nutzungsdaten. Werden interessiert es, plattformübergreifendes Spielen solltest du aktiv lassen, weil du findest sonst einfach keine Lobbys. Auch wenn es mir lieber wäre, wenn ich nur unter Playstation-Spielern spielen würde. Warum auch immer. Leistungsanzeige würde ich anmachen. So hast du immer für deinen Versagen eine gute Ausrede, wenn du oben rechts siehst, dass du Packet-Loss hast. Ich habe zum Beispiel gerade im Trainingsgelände Packet-Loss. Warum auch immer. Vielen Dank Telekom. Deswegen, ich würde das immer anlassen. So weißt du genau, was los ist. Ob du jetzt zu hohen Ping hast oder eben Packet-Loss und so weiter. Und sofort Club-Einladung. Musst du selber wissen, ob du Club-Einladung haben willst. Kommunikationsfilter habe ich auf alle. Fadenkreuz habe ich auf angepasst. Und ich rate jedem, irgendeine knallige, heftige Neon-Farbe reinzumachen. Weil du, wenn du jetzt hier zum Beispiel das Fadenkreuz auf grün machst, auf so einem richtig schönen Rasengrün, wenn du das Bild jetzt hier oben siehst, könnte es sein, wenn du gerade irgendwo auf Olympus unterwegs bist, auf einer riesen Rasenfläche in grün, dann siehst du vielleicht dein Fadenkreuz zu schlecht. Das ist jetzt nur so eine reine Theorie. Ich habe das auf knallig pink. So siehst du das Fadenkreuz einfach viel, viel besser. Muss auch jeder selber wissen. Ich finde es auf jeden Fall eine geile Sache. Und mit dem Laser-Visier kannst du das genauso anpassen. Habe ich auf rot, weil Laser hat für mich einfach rot zu sein. Farb-Blind-Modus kann man machen, muss man nicht. Muss auch jeder für sich selber entscheiden. Kann man auch reinmachen, um vielleicht, es gibt bestimmte Minimaps, wo du die Squad-Mitglieder einfach besser siehst. Es gibt Minimaps, da hast du vielleicht Squad-Mates, Team-Mitglied 1 zum Beispiel. Nee, doch, Team-Mitglied 1. Ihr seht es gerade, Moment, meine Kamera ist im Weg. Ich mache die kurz mal zur Seite. Das ist so ein ganz hässliches Braun. Und wenn ihr jetzt auf Kings Canyon unterwegs seid, ich mache das jetzt mal hier direkt drunter. Wenn du auf Kings Canyon auf die Minimap gehst, kann das sein, dass du gerade irgendwo, weil das so ein hässliches Braun ist, siehst du nicht gleich dieses Dreieck für deine Teammates. Deswegen kann man ja auch so ein bisschen damit spielen, welche Farben einem besser gefallen. Deswegen hier vielleicht... Ah ja, gut. So viele Möglichkeiten hast du nicht. Gelb ist, glaube ich, mit so das Neutralste, was du machen kannst. Das ist eine schöne, knallige Farbe. Dann siehst du das richtig gut. Ich lasse es einfach auf Aus, weil es einfach so ist. Untertitelblödsinn, Untertitelgröße braucht man auch nicht. Das ist alles sinnlose Zeug, was du mitten im Game nicht brauchst. Voice-Chat deaktivieren. Kann man anmachen, wenn du mit Randoms spielst, die dir ständig ins Ohr schreien, wenn du gerade in die Lobby kommst. Dann kann ihm das schon ziemlich auf den Sack gehen. Dann machst du das auf einen. Ich habe das immer aus. Wenn ich mal mit Randoms spiele und vielleicht mal ein paar Deutsche mit am Start habe, die mir nicht gerade ins Ohr brüllen am Anfang, dann ist das interessant mit denen zu kommunizieren. Ansonsten kannst du es anmachen, wenn es dir auf den Sack geht. Ja, ladies and gentlemen, das waren die wichtigsten Settings in Game, die ich euch ans Herz legen wollen würde. Ein bisschen lang geworden, dieses Video, aber ich wollte es so genau wie möglich erklären. Das war es von mir. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Und wie gesagt, ich empfehle jedem nur so einen tollen Aim-Controller. Das war es von mir. Ich wünsche euch was hat rein. Ciao.